Herzlich Willkommen zurück. Wir gehen jetzt direkt in die nächste City. Bist du bereit, fortzufahren? Aber sowas von. No biggie, man. Our team is solid now. You, me, Kostin, Pauly. Mi grande chorizo es el jefe, mamacita. Next up, Berlin. You just knock it out there and we're chilling. Hey, yo, check it out. We're on TV. Some are calling it the biggest underground sporting event in history. The world's top skaters are going head-to-head in an unprecedented competition. European World News obtained this video earlier today. Come on, come on, come on. This bull's hung like a bull. Shh. Don't be so loud, you wake the fat boy up. It's going to be so good. How do you like that, fat boy? Oh, man. It's like the word's out, boys. This thing is no longer just between you. Oh, man. We have any chance of shaking this buzz. We'd best be Germany bound. Dude. Und wir sind im schönen Berlin. 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 All right, Berlin. Now that we ditch that Deadweight Sparrow, we're gonna kick some man. Me and Pauly will be around. You gotta find us. When you're ready to move on, go see, fast we feel. Befreie die Geister, find den Überraschungsgast, hilf Wee-Man, gewinne den Kids das Rauchen ab. Highscore am Spielautomat, find den Graffiti Sprayer, alles und oder was. Yo, dann fangen wir mal an. Inliner Rules. Ich höre ihn. Zerstöre die zwei Inliner Rules Schilder und zeige ihn, wer hier der wirkliche hergeht. Okay, dann crime wir mal an diese Schilder. Erstmal uns hier ein bisschen zurechtfinden. Alles klar. Das sind die Inliner Schild hier. Nein, okay. Ah, da ist er eins. Okay. Wie kommen wir da hoch? Wir sind irgendwie... Na, komm. Okay, dann können wir hier entlang laufen. Ganz vorsichtig hier ums Eck. Genau, dass uns das nicht passiert. Nein. Mist. Ja, das war jetzt richtig dumm. Nein, grinde doch, mein guter Herr, grinden. Na, komm. Oh Gott, ist das hier schwammig. Jetzt aber. Ah. Okay, dann geht es auch so. Ich will mir hier den Zigarettenautomat noch wegmachen. Dann werden wir nämlich den auch zerstört. Berliner Platz. Wir suchen mal noch die Zigarettenautomaten. Hier ist keiner mehr. Hier war glaube ich einer, oder? Nein. Wo sind noch Zigarettenautomaten? Ah, da ist einer. Sehr gut. Ist hier unten vielleicht einer? Ah ja, da. 55.000. Du, 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 du. An der Berliner Mauer? Nein. 22. Oh, das wäre es gewesen. Nein. 24.000. Komm. Nein. 14. Oh, warum? Ja, ship. Nein. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Warum? Warum passiert das? Ich geh doch richtig runter. Spiel ey, fuck mich nicht ab. Also ganz, ganz crazy. Komm los. Das ist schon wieder so ein knappes Ding, ne? Ja, ich will. Ach komm, genau die. Die riesen Dinger, da fällt er immer um. Noch 20, komm. Ja, wir haben es geschafft. Gerade so. Nein. Oh. Okay, Ziele ansehen. Befreie die Geister. In dieser Kirchenruhnehausen. Geister. Finde eine Möglichkeit zu befreien. Diese Risse in der Mauer. Okay. Die Tipps sind eigentlich immer recht gut, ne? Ja. Hallo Kirche. Ach Gott. Geister. Ich bin der Überraschungsgast, der ist hier oben irgendwie, ne? Wenn du dir diese Leiter schnappen willst, skate, okay? Wenn du dir diese Leiter schnappen willst, skate diese. nach oben steiger, okay? Luft vom Board ab. Hey! 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 Hey, that was nice! Na, ich hab grad keine Ahnung, was die hier von mir wollen. Wo ist denn unser Überraschungsgast? Da hinten ist er doch. Hab ja gesehen, dass der hier irgendwie ist, ne? Hallo? Gut, der ist zum Glück nicht mehr so weit. Hilfe, Weeman. Hilfe, Weeman, seinen Lieblingsfisch aus dem Aquarium zu befreien. Ah, da. Weeman! Weeman! So, Ziele ansehen. Finden Graffiti-Sprayer. Finden Graffiti-Sprayer und holen ihn in dein Team. So schenken sie gerade oben auf dem Gebäude vorspringen. Ist der da oben? Nein, ich kann mal da hoch gehen, schnell. Gott! Nein. Ich kann nicht mehr einfach gehen, eh schütivers gehen. Ich kann nicht mehr aus der Hmmm. So, dann laufen wir hier mal entlang. Hallo Herr Graffiti Sprüher, sind Sie hier irgendwo? Okay, da haben wir den, 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 den. Entferne den Buchstaben von diesem Schild, sodass er nur noch ohne übrig bleibt. Versuche oben an den Buchstaben zu crime, okay. Ah, da haben wir sie doch. Oh, stop! Oh, stop! Das ist halt jetzt die Frage, wie können wir da crime, ne? Anscheinend nur an diesem Schild da, ne? Beziehungsweise die Mauer entlang, ne? Irgendwo probieren's mal. Nice! Okay, Ziele ansehen, wir haben alle, ne? Der Profi, der fehlt noch. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal mit den Charakteren reden, ne? Hallo Phil. Ja, du bist hier! Hell yeah! Time to shred it up! Grind and Barth, allmächtige Kombo, lernende Native Spin, brennende Hütte, oder Hüte, mit Fokus geht alles besser, Touristenline, Kommunikationsstörung, Profi Tourline. Boah, Bäm, hat er fast genauso viele noch. Okay, über diese Wachtmeister, ne? Eieieiei! Gartes! Plus! Boah! Drücke dann, zack, zack! Prost! Zack, zack! Und... Okay, da muss ich mal gucken. Und grinden Barth. Ich will ja erst so ein Spezialanzeiger. Ah, okay. Ja. 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 Soooo Ja macht halt auch Sinn ja Okay das ist halt echt heftig Ja ich will noch kurz das machen wir als nächstes Mach eine 4000 Combo während du in der Kirchenruine skatest Jo dann machen wir das noch schnell Ich denke dann werden wir eh fertig sein Okay Ah man 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 Da haben wir es doch mit dem Spezial geht es halt auch viel leichter ne Ich bin ja Cowpass und lasse dir von den Nata Spin Tricks zeigen Okay Okay Wer war hier irgendwo ne Ich glaube ich Ah da Hallo 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 Hey what's up Sure I'll show you an old school trick It's my signature move Anata Spin To do it Oli onto a pole Or fire hydrant Spin And keep your balance Nochmal was Hey what's up Hey what's up Sure I'll show you an old school trick It's my signature move It's my signature move And not a spin I'll do it Oli onto a pole Firehugger Spin And keep your balance Okay Okay das war jetzt auch easy Ich finde drei Berliner Polizisten und schaue ob du ihre Hüter auf Brand Alle auf einmal in Brand schicken kannst Okay Wer immer glaube ich so eine kleine Vorbereitung immer recht gut ne So hier ist der Brand drin ne Hier unten Hier haben wir einen Polizisten Dann haben wir einen zweiten Okay Der dritten ist glaube ich da hinten alles klar Dann weiß ich Bescheid Woa Nee Scheiße Ich Der Wasser hier Okay das ist ja Okay das ist böse Warum brennt man Bord nicht so lang Das ist nicht so gut Okay mein Pord brennt nicht so lang Das ist nicht so gut Ich bin aber Ich bin so gut Ich bin so gut Ich bin so gut habe hier Das ist in der Tat Aber das ist nichts Wo ist der letzte Polizist? Wo ist der? So zwei haben wir hier. Wo ist aber der letzte? Wo versteckt der sich? Ah, da unten. Nice job. Uhhh Jawoll Mit Fokus geht alles besser, lande 3000 saubere, 10.000 Combos bei einem aktiven Fokus Mit Fokus geht alles Ja, aber es war doch schon einer, oder? Ja Ja, ich mach einfach mal 10 Für den Fokus für eine Spezialanzeige und dann sauber zu landen Machen mindestens Ah, ok 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 Das war doch schon einer, oder? Ok, das mal gucke ich mal aus in der nächsten Folge Boah Grindet zuerst am Zoo Vorsprung Ok, dann gucken wir mal, wo der Zoo ist Am Zoo, ok Weil wir müssen jetzt einmal hier entlang grinden, ne? Hier ist der Zoo Oh Oh Ah Boah Boah Junge Vor allem in dem Spiel Du darfst dir keine Fehler erlauben Ok Ok so Grindel zuerst, Grindel zuerst am blauen Rohr, Grindel zuerst an der Barriere, Grindel zuerst an den Stufen, Grindel zuerst am Vorsprung, Sticker Slap am blauen Schild, Grindel zuerst nochmal am Vorsprung, Ace Drop an der Wandrampe, aaaah, ok. Hier ist Special am Ende, aber gut, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ist eigentlich machbar, ne? Und Kommunikationsstörungen, nutze zuerst den Ventilator für einen Temposchub, mache dann einen Ace Drop auf die Maul und mache einen Rocket Air über die Satelliten von einer Rampe zur anderen. Rocket Air ist ja das hier, ne? Nur nochmal kurz testen. Das hier, ne? Ne, Spin Transfer. Äh, nein. Deine Option, Tricks. Zehn, Anziehen. Was war nochmal hier? Ich mache einen Rocket Air über die Satelliten von einer Rampe zur anderen. Ah, ok. Ich muss jetzt nur mal gucken, wie ich da hochkomme. Und wo das denn überhaupt ist. Die Ventilatoren sind die hier oben. Ah, ja, das sind sie ja. Kommen wir irgendwie rein? Nein. Nein. Äh. Bäm. Nein! Nein. Ich muss mal gucken, wie ich da am besten hochkomme. Ah, von hier. Okay. Ja, alles klar. Machen wir das am besten mal. Ganz oben, ne? Sooo. I bet that this fan can give you an up air to acid drop on the gallery of waterpipes. You won't have speed to transfer onto the sandalites. The sandalites. Kommunikationsstörungen. Nutze zuerst die Metatron für einen Tempo-Schub. Mach dann einen Airstrop auf die... Okay, mach einen Rocket. Aber da ist es dann so ein Teil. We get it! Ja, Mist. Ja, Mist. Ja, das hätte man so machen müssen. Mist. Okay, dann probiere ich es jetzt noch einmal. Und wenn nicht, machen wir das dann auch in der nächsten Folge, ne? Was war das jetzt hier zu lang? Weil wir rocken Berlin schon gut durch, aber... Ja, wir haben aber noch... Wir haben mit Bäm noch ein bisschen was zu tun. Shipman ist ja fertig. Den haben wir ja. Aber ja, wir haben trotzdem noch ein bisschen was zu machen. Okay, so da rüber und dann sollten wir hinkriegen. Ist halt immer so, man muss halt im Schwung bleiben, ne? Nein. Och, Mann. Warum? Spiel, warum machst du das mit mir? Okay, ja, wir probieren es jetzt einfach nochmal. Kennen wir jetzt den Weg. Ja, es ist am Anfang immer ein bisschen schwer, so den Weg zu finden. Aber wenn man dann die Wege kennt... Wir müssen noch unseren Überraschungsgast... Ah ne, wir haben ja alle. Stimmt, wir haben ja unseren Rollstuhl. Und den Sprayer, ne? Mit dem Profi haben wir ja Bäm. Guten Tag! Guten Tag! Ich würde sagen, ich bin jetzt echt bisschen groggy, weil ich nehme jetzt hier schon... die dritte Folge auf... vierte... Ich weiß gerade gar nicht, man ist dann so in meinem Flow, ne? Komm, ich probiere es noch einmal. Aber ich bin jetzt langsam so mit Tasten drücken und so... ich bin langsam echt ein bisschen fertig. So, klettern wir nochmal rüber. Wie geht's? So, alle hier hopper. Ah... Schade. Ja, das probieren wir halt in der nächsten Folge. Mist. Ja, ich bin doof aufgekommen, ne? Aber dann würde ich sagen, machen wir das wirklich in der nächsten... Oder? Ja, komm. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich renne jetzt nochmal... Ich mache es gerade so, weil es mir gerade einfällt. Das vergesse ich eben wieder in der nächsten Folge. Ich kann ja speichern. Das vergesse ich immer. Ach, es lebe die Emulation. Wir können doch speichern. Wir können doch... Das vergesse ich halt echt immer, ne? Man nutzt es, wenn du es kannst. Für so Sachen ist es halt super, weil du nicht immer den gleichen Weg laufen musst, ne? Ich meine, klar, ihr könnt jetzt sagen... Aber hey, ganz ehrlich, wenn ich es kann, wenn ich es habe... Dann nutze ich es auch. Ja, nee, hoppa. Genau dafür. Absprung verballert. Jetzt aber komm. Dann können wir es nämlich direkt nochmal so nutzen. Alle, hoppa. War es das nicht? Guten Tag. Oh, ho, 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 ho. Da müssen wir beide Antennen kaputt machen. Oh, ho, ho, ho. Nein, anscheinend ja nicht. Oh. Hier, genau, Ziele ansehen. Mache einen Rocket Air. Take care. Dude, dude. Das ist ein special Trick. Stamp and air. Rocket Trimed. Ach, da ist Rocket Air. Da ist es doch. Okay, nach oben und Kreis. Alles klar, nach oben und Kreis. Da haben wir es doch. Wienersnitzel. 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 Nee, das war es aber nicht. Okay. Wienersnitzel. 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 Was wollt ihr denn? mache ein rocket er rocket er nicht er rocket er moment er rocket er rocket er doch rocket er da ist es doch rocket erst nach oben er war nach unten ja Ich habe keine Ahnung, wir sehen uns einfach jetzt in der nächsten Folge. Ja, macht's gut.